Brunow-Winkler Mit weiteren Informationen können Sie unsere Fahrterklebungsbroschule entnehmen, die Sie an Bord erwerben können. Rechts zwischen Spree und Kupfergraben ist die Cultural Heritage. Die Museumsinsel ist das größte Universalmuseum der Welt mit fünf Museen und Kunstwerken aus 5000 Jahren Menschheitsgeschichte. Sie gehört zum Weltkulturerbe. Hier befindet sich das größte Universalmuseum der Welt mit Kunstwerken aus 5000 Jahren Menschheitsgeschichte. Fünf Museums... Direkt hinter der Bahnbrücke, dann die tempelartige alte Nationalgalerie, Bord 1876 von Stühle, dahinter reizt verletzt. Das alte Museum, das 1849 ebenfalls von Stühle erbaut wurde, und anschließend das alte Museum. Es zählt zu den bedeutendsten Baugarten des Klassizismus und wurde 1830 von Schinkel erbaut. Behind the Railroad Bridge, you can see the back of the Tocamon Museum on the Museum Island. Then the old National Gallery, and behind, Parfitner, the new museum. Next to this is the old museum, which was built by Schinkel in 1830. First to this is the old museum, which is a big museum. First to this is the old museum, which is a big museum, which is a big museum. Between the Eye, it's a that big museum. Hier ist eine sehr andere אותe Musik, die in der Nähe Avanzahl certaines Klassik-Rom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am rechten Ufer stand auf dem Gelände des ehemaligen Stadtschlosses der Palast der Republik. Hier tagte die Volkskammer der DDR und es fanden viele Veranstaltungen statt. Gleich dahinter, am rechten Ufer, der Marstall. Dort waren zu Kaiserszeiten die Rüstkammer, die Stallungen sowie die Kutsche. Die Rüstung des ZDF für funk, die ZDF für funk, die ZDF für funk, die ZDF für funk, die ZDF für funk. Besonders schön ist das 1897 errichtete Kurfürstenhaus mit seiner Neo-Renaissance-Fassade aus rotem Sandstein. Die Bronzegruppe von 1845 zeigt den heiligen Georg als Drachentöter. Im Herzen dieses Viertels sehen Sie die spätgotische Nikolai-Kirche mit ihren Zwillingstürmen. Sie wurde um 1230 ursprünglich als romanische Feldsteinbasilika errichtet und ist die älteste Kirche der Stadt. Den Abschluss des Nikolai-Viertels bildet die Rokoko-Rundfront des 1766 erbauten Efraim-Palais mit dem schönsten Balkongeländer Berlins. Die Nikolai-Kirche, die auf der linken Seite liegt, auf der linken Seite der Sprung. Die Nikolai-Nutzen appelt vallend aus den Rosschentzl. Die Nikolai-Kirche Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 It feels awesome. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Oh, man. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 ... 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 168 Glocken, es ist ein Geschenk der Daimler-Belt-Jagdgehege vor den Toren der Stadt, wurde er Mitte des 19. Jahrhunderts von Peter-Joseph Lene in einen englischen Landschaftspark umgestaltet. In den kalten Nachkriegswintern 1945-46 wurden aus Mangel an Brennholz fast alle Bäume abgeholzt und Kartoffeln angepflanzt. Der große Tiergarten ist eine der größten innerstädtischen Parkanlagen Europas und er streckt sich von etwa drei Kilometern bis zum Brandenburger Tor. Das Band des Bundes, das Sie rechts sehen, geht auf den Plan der Berliner Architekten Axel Schultes und Charlotte Frank von 1992 zurück und wurde zwischen 1997 und 2000... Und man, die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.